Letzter Tag der Winter Alpha von Albion Online Und ich habe hier Mangos getroffen Endlich mal in Real hier Der mir ein paar Items gegeben hat Und welche ich auf der Bank habe Das sind so Tränke, die man zum Heilen verwenden kann Und was ist das hier? Eine Torte, ein Stück Kuchen Ja, in dieser Stadt, wo wir jetzt vielleicht reinlaufen Keiner weiß, was genau das ist Wie man im Chat schon sehen kann What was that? What's going on? Schreiben alle so Und hier sieht man schon Leichen in einer Stadt Und einiges geht hier ab So, Mangos schreibt mir hier Warte mal, irgendwer kann die spawnen von uns Keine Ahnung wieso Ich soll nach Siem auf mitkommen Also hier, ich will nur noch kurz eine Runde drehen Hier liegen Beutel herum Hier liegen Leichen in der Stadt Journey's End Ähm, kommen wir gleich So, ich habe sowieso nicht die Agro jetzt erstmal Die müssen alle sterben und dann bin ich dicht dran irgendwann Das ist das Paradies Hier könnte man alles nehmen in ein paar Minuten Der ist in einer Minute ready So Ey, wieso kann Wieso kann ich dich nicht so in einer Minute Hier hat er mir ein paar Sachen draufgelegt Ich nehme mal Nur, ich nehme nichts für dich Ich haue jetzt Wow Hat er mich jetzt? Ah Oh Okay Ähm Ja, ich verziehe mich mal Bin gerade verwirrt So, this area Ich auch Wir sind alle verwirrt Wo hat er gesagt, soll ich hinkommen? Ah, Moment Ich habe jetzt noch den Schutz Ich hole mir mal schnell ein Set Welches er mir gegeben hat Eins Zwei Drei Vier Und schnell weg Schnell weg Ich habe noch Immunität Oder hier könnte man sich auch was nehmen Nein, so assi bin ich nicht So Beziehungsweise ich hätte mein Zeugs auch looten können Ist egal Schnell weg Einfach nur weg hier Was meinte er? Wo ist der Chat? Wohin? Ähm Siem auf Siem Wo ist es denn? Hier Zahl ich einfach mit Gold? Kein Problem Heute ist der letzte Tag Also, wer sich nicht auskennt hier Was ist das? Winter Alpha Letzter Tag hier Passiert nochmal so einiges Ach, komm schon Ich dachte, das kann ich irgendwo hinziehen Ich hoffe, da kommt nicht gleich was Ähm, ich schreibe Mangos mal kurz Ach, hier Oh Mann, bin ich doof So, bin Siem auf Äh Was machen die denn alle? Siem auf Egal Auf Chat Schreibfehler wird jetzt hier nicht geachtet Was gibt es hier? Wie viele Leute sind hier? Hier sind nur unter Anführungszeichen Siebzehn Und diese Harvester of Souls Schreiben die ganze Zeit You have unleashed me Und hier liegen auch Leichen rum Was geht denn mit denen? Jetzt macht er einen Feuerspell Ich hoffe nicht auf mich Der kämpft hier sogar gegen den Kann der gewinnen? Oh, jetzt kommt er zu mir, oder? Ja, jetzt kommt er zu mir Wuii, tschüss Ähm Oh mein Gott Ja, aber das müsste ich ja jetzt wieder looten können, oder? So Jetzt ziehe ich das alles direkt wieder an Nur das Problem ist, das verliert natürlich an Haltbarkeit, je öfter ich sterbe Was passiert denn hier? Warum Sind die so aggro drauf? Beasleybub im Global Moment Deal with it Hat er noch was geschrieben? It's the end of the world Ja, irgendwie schon Irgendwie ja schon Also sowas erlebt man nicht alle Tage in so einem Game Pures Chaos Es soll anscheinend auch in einer halben Stunde In zwölf Minuten jetzt irgendwo Ein PvP-Event sein Run for your life Run for your life hat er geschrieben Man meinte natürlich live Mango TV Hm Ja, aber im Prinzip ist es egal, wenn ich hier sterbe Ich hole mir einfach dann mein Equipment wieder Außer, dass es an Haltbarkeit verliert Ich verziehe mich mal wieder hier Und suche mir eine andere Stadt Hm Nur welche? Ich gehe wieder zurück nach Journey's End Dort war mehr los Da gibt es vielleicht was zu sehen Journey's End Es ist teuer, aber egal Ich habe ja noch ein bisschen was So, was passiert hier jetzt? Ist hier wieder der Mangus? Kann ich hier was nehmen? Ich will Yo Wahrscheinlich einfach am Ninja Looten hier Aber egal So, was liegt hier drüben noch? Der letzte Tagesherrscht hier Anarchie Es gelten keine Regeln mehr Jeder macht alles, was er möchte So Ach, hier sind auch nur noch 20 Vorhin waren wir hier 40 Aber wo sind jetzt die Diese Harvest of Souls Trash liegt hier Ach, das war meine Leiche sogar Das war meine Leiche Hey, 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 hey Beim Auktionshaus Die haben noch die letzten Auktionen getätigt Und dann sind sie eiskalt von hinten ermordet worden Kommt der zu mir? Nö, noch nicht Ich bin noch nicht dran Alle nackts am Herbst Oh, jetzt habe ich so einen Harvest of Souls Ich kann wahrscheinlich nicht zonen, wenn ich im Combat bin Virindi, hilf mir Ah, ich kann doch zonen Schön, 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 schön Oh, oh Was? Was ist denn da jetzt? Warum, Leute? Ich bin noch immun Ich darf nichts machen Hey, warum? Was habe ich... Wieso bin ich immun die ganze Zeit? Ha, du Noob Kannst mal gar nichts Ha, ihr Noobs Ich bin unbesiegbar Ich bin Chuck Norris Ja, easy Was wollen die von mir? Ich bin overpowered Ihr kleine Noobs Oh, habe ich jetzt Schaden genommen? Nö Ach, die kämpfen gegeneinander auch Ähm Das hat ihm nicht so gut gefallen Vielleicht hatte ich hier noch eine Immunität Welche ich nicht gesehen habe Ja Ach, haben die jetzt diese Wartezeit weggenommen? Die Entwickler einfach nur Für Hier jetzt so Das kann gut sein Das kann gut Nein, Nusila Hau ab Hier ist es gefährlich Das kann in der Tat gut möglich sein So, ja Wo läuft man dann hin? Was macht man dann jetzt hier am besten? Der hat hier schnell nur seine Waffe genommen Boah, diese Leichen Ich muss hier ranzoomen und dann einen Screenshot machen Ah, das sieht gut aus Das sieht so gut aus Ich will hier was looten Gib mir was Ich muss Ich will den mal ins Target nehmen Aber das Problem ist, ich greife ja dann an Ich will nur gerne sehen, wie viel Leben der hat So ins Target Wow, 45.000 Tier 6 Alles easy Was für ein Noob So, Alt plus S Um das Target Zu löschen Aber so einen kleinen könnte man doch schaffen, oder? Komm, wir killen den jetzt Machen wir das? Nö Lieber nicht Hab was Feines Wo? Wo soll ich hinkommen? Mangus Sag's mir Ich komme und rette dich Any PvP Groups Wird hier geschrieben Was noch so? Seam auf Yo, oh, der Arme Er kniet am Boden So, du lass mich in Ruhe Dankeschön Dann mal schnell nach Seam auf Nein You have unleashed me Meint er mich? Yo, ein anderer Diago gezogen Dankeschön Seam auf Wo bin ich hier? Nichts, Magler's Bay Nochmal zurück Pay Na dann Schauen wir mal Hier bin ich Oh Ey Ey Mangus, du Killer Woher? Den hat er jetzt Herbeigerufen Wie machen die das? Mangus Das gibt Rache Wenn ich mal weiß, wie Sobald ich weiß, wie Sobald ich weiß, wie Wie macht man das? Hat man was per Post bekommen oder irgendwo? Ach, der gibt mir jetzt ein Item Oh 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 Hammer Mit dem kann ich den Mit dem kann ich den beschwören Yo Woher hat er den? Was ist denn das für Vor allem, wie sieht der aus? Sie mal ansehen Ja, nicht so schlecht So Und was habe ich hier für drei Skills? Hat mir jemand gehandelt Summons a Shade Welches hier Leute angreifen wird Including the Caster Also auch der, der das eingesetzt hat Der wird auch angegriffen Ist das Von GMs? Von wo ist das Item? Ich schätze mal Die haben das irgendwie eingeschleust Hier, die Game Master Und ach Dieser Mango TV kann Deutsch Hört mich angeschrieben So Was Kann man Jetzt Noch Machen Heftig Also Die haben echt Einen Sinn für Humor hier T8 Mein erstes T8 Item Direkt fett in den Videotitel schreiben T8 mit Schilling Oder so T8 So wird es gemacht Tutorial German HD Deutsch Let's play German Full HD Tutorial Guide Oder so So Ja, lustig Habe ich hier ein Item Sehr schön Spells Und was hat das hier? Hm, was soll denn das bedeuten? Verbotene Gebiete? Hm Shadow Walk Soll ich mal was einsetzen? Ja, oder? In welcher Zone? Irgendwo Wo sind alle? Fragt er Das wüsste ich auch gerne Aber wenn ich den jetzt hier beschwöre Das wäre ja asozial Mal schauen Ich reise in die Anfangsstadt Ob dort jemand ist? Sieh mal Nö, da bin ich Da sind jetzt nicht mehr so viele Mal schauen Ich Da ist noch einer Ach, die liegen einfach so rum Da war nicht mal eine Leiche Vielleicht Ich schenke die auch her Wenn ich eine bekommen habe Von Mangos So Oh Zur Anfangsstadt Kann man Ach so Ja, da ist ja kein Hafen Stimmt ja Dann seh ich mir mal was anderes an Smuggler Bay War immer viel los Aber das ist gerade Bisschen teuer Bisschen sehr teuer Das kann sich ja niemand leisten Moment Trade Too far away Komm zurück Ich hab noch was für dich Das ist wegen dem Stab, oder? Wegen dem kann ich nicht so Billig reisen Ich schmeiß den mal auf die Bank hier Oh, irgendjemand hat den schon wieder herbeigerufen Ihr Assis Wie könnt ihr nur? Hau ab da Hau ab da Nein, geh weg da Ach so, den Trank hab ich jetzt hier auf der Taste 1 oder so Ey, komm schon Jetzt beschwöre ich auch so ein Teil So Greif an und mach was Noch immer so teuer gewesen Hilfe Was passiert hier? Ja, also ich würde schon langsam sagen Ich kann dir mal Bisschen was auch allgemein über das Spiel jetzt erzählen Und zwar Ach so, nein Diesen Time haben sie doch nicht entfernt Nur ich werde dann immer gekillt Ich habe jetzt noch Zwei Lebenspunkte, kann man sagen Und sobald ich ganz tot bin Bin ich ganz tot So Also Es Hat echt viel Spaß gemacht Und sieht auf jeden Fall auch vielversprechend aus Das Ganze Ja Leider wird es noch relativ lange dauern Bis die finale Version erscheint Wo dann auch jeder gratis spielen kann Aber ich sag mal Ich kann euch hier noch mal Vorbeischauen So Der hat hier im Chat gerade geschrieben Ende Was meint er hier? Ende Ende Gelände aus die Maus Also anscheinend kann man echt Leider nicht mit den Stäben hier reisen Ich kann noch mal versuchen Alles hier rauf Bis auf den Stab Aber wahrscheinlich Weil das die 8 ist Ist das irgendwie Jo Wahrscheinlich This area So Ach so Jetzt ist mein Stab hier weg Moment Wo bin ich gestorben? Was ist meine Leiche von denen? Hier Nein Das war sie nicht Der ist wieder voll Mit der Haltbarkeit Aber genau Das liegt wahrscheinlich am Stab Deshalb kann man nicht reisen Willst du mit zu einem Castle? Ich hab keine Ahnung Was er damit meint Aber gerne Lade mich ein Ich bin dabei Aber nicht mit dem Stab Das ist zu teuer Es ist wohl so beabsichtigt Dass man mit dem nicht reisen kann Jetzt hoffe ich Dass ich auf der Bank Irgendwas habe zum Angreifen Denn Jo Ansonsten hab ich nichts So hier hab ich auf jeden Fall Was fast kaputt ist Das war's Nehme ich noch einen Trank mit Und das Und Das Auch Und jetzt zau ich schnell ab Und ich weiß nicht Wo ich hin muss Wohin muss ich? Ich will am besten hier Hier mal raus Oder? Jo Gut Dann reise ich hier Raus Und mal schauen Was das so ist So ein Belagerungsangriff Oder wie sagt man dazu? Ach jetzt hab ich kein Pferd Ey was macht der? Mangos Bist du des Wahnsinns? Was zur Hölle treibst du da? Nicht sterben Nicht Sterben So Was war denn das? Achso die Wachen greifen an Ja Gut Und da ist sie wieder voll Wie auch immer Was hab ich hier? Heils Über Zeit Aber nicht im Kampf einsetzbar So soll ich auch PvP machen? Leider nein Sorry Ja wie kannst du das mithaben Wenn du stirbst Dann dauernd hier Das kann man ja nicht Einfach so mitnehmen Leider nein Ähm Ist Smuggler Bei Smuggler's Bay Hab ich das Dort hab ich's gelassen Ist Smuggler Wie ich hier chatte gerade Ich hoffe er versteht mich Oh meine Waffe Ist die ganz kaputt? Nö Ich kann kämpfen So Ich weiß nicht was wir machen Und wo wir hinreisen Aber ich dachte mir Für das letzte Video Kann ich noch irgendetwas machen hier Wenn ich schon eingeladen werde Sogar dafür Dann Warum denn auch Nicht Die Flagge mal bitte So Achso Was machst du hier? Sein Name Dann mach ich da Achso Meint er mich? Doch oder? Moment mal Weil er geht jetzt Ähm Ich bin doch Friendly Also ich mach mich gerade Für PvP Und er macht sich umgekehrt So Ja genau Jetzt passt es Er macht sich Auf Protected hier Achso Und dann blinkt der Name So Das wusste ich gar nicht Ja genau Dann ansonsten kann jeder angreifen Und man sieht einen Auf der Karte Moment wenn ich hier Wo bin ich? Obwohl ich sehe ihn gar nicht Vielleicht weil ich mit dem Pfeil draufstehe sozusagen Oder ist das keine PvP-Zone? Ach Limited Ah ok Nein 300k Silber Zum Reisen Das war dann doch ein bisschen zu teuer mit dem Stab Oder 360k sogar Irgendwie sowas um den Dreh Nur für den Einen Stab Das Ja War leider nicht möglich So also mal schauen Wir reisen auf jeden Fall hier Irgendwie so Richtung Norden Wo diese ganzen PvP-Gebiete eingezeichnet sind Mit den Zahlen auf der Karte Irgendwas machen wir da Aber ich habe keine Ahnung Was da genau abgeht Ich habe leider Nein gib mir nicht so viel Ey woher Ich kann hier nicht Kann ich das? Trades Kann ich nicht tragen Ähm Fail Ja das ist T5 Das ist noch zu Stark für mich Aber Sag mir einfach Wohin Und ich Komm Nach So ich könnte ja dann noch schneiden hier Er soll schon mal mit seiner Allianz hier Weiter reisen Und ich komme dann einfach nach Wo auch immer hin So Mordred's Guard Ja dann Dann rede ich einfach weiter Also so zusammengefasst Das Spiel Ist hier was Was man nicht alle Tage hat Vor allem Sandbox mäßig Im MMORPG Bereich Gibt es Ja Schon einige Aber Moment Haben sich die verlaufen? Mordred Nö das ist hier Oder Mordred Doch Aber die Fragen Wo willst du hin? Egal Ich Lauf Oh Nein Nein Ich laufe da einfach mal weiter Ja also es ist eine schöne Kombination hier aus Craften Und Kämpfen Mit PvP Und Raids PvP sowie PvE Und das spielt alles schon In sich zusammen Vor allem dieser Ich muss den nochmal aufmachen Dieser Baum ist Einfach nur umwerfend Anders kann man es nicht sagen Ja Da gibt es so einiges zu erledigen Und Es ist Definitiv ein MMORPG Wo man mitdenken muss Damit meine ich jetzt Nicht Oh hier sind zwei gestorben Also nicht nur Irgendwie AutoQuest Helper Das 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 Und dann in diese Stadt Und in jene Stadt Und von überall Auf alles zugreifen Nö man muss hier aufpassen Wie viel Gewicht Nimmt man mit In welche Stadt Nimmt man was mit Ja Und Genauso das Reisen Es gibt keine Teleporter Es gibt maximal Das Schiff hier Und das Schiff Ist eben teuer Da muss man auch Pro Gewicht Zahlen Pro Item Welches man mitnimmt Und das ist alles Nicht so Nicht so Easy Mode Wie man das Aus anderen MMORPGs Vielleicht kennt Aber das ist mal Was anderes Ich würde vielleicht Nicht sagen Dass es Hardcore ist Aber es ist auf jeden Fall Nicht so Casual Wie man es heutzutage Von MMORPGs Einfach kennt Wo das Gang und Gäbe ist Aber was ich dann noch Sehr schön finde Ist eben die Tatsache Dass das Spiel Plattform Übergreifend ist Und Dass man einfach Überall spielen kann Mobilgerät Mac sogar Ohne einem Extra Programm Und so Jo So In der Anderen Stadt Ja ich bin hier Das Equipment Habe ich jetzt hier Aufgeteilt Und da waren zu viele Von diesen Monstern Ich Weiß ja auch nicht Zurecht Und hier ist jetzt Dieses Schloss Das wollen sie Angreifen Wo kommt man da rein Hier Aber der reitet woanders hin Ja ich denke Vielleicht nehme ich noch was auf Dann schneide ich es dran Aber ansonsten War es das Für hier jetzt erstmal War noch lustig zu sehen Was mit dem T8 Stab Hier und was da noch alles Passiert ist Mit diesen Monstern In den Städten Ein fettes Massaker hier Ja genau Ansonsten heißt es einfach Jetzt hier Abwarten Und Tee trinken Bis die Finale Version rauskommt Beziehungsweise Die nächsten Testphasen Dann Aber das Kann durchaus noch dauern Sobald es Allerdings Soweit ist Werde ich Wieder mal der Erste Sein Der davon berichtet Ja Gut Ich bedanke mich auch Bei Leuten Wie Mangos Die mir hier So gut weitergeholfen Haben Und genau Würde mal sagen Vielleicht finde ich Jetzt noch das Schloss Aber wegen meiner Ausrüstung Kann ich hier nicht viel machen Vielleicht lasse ich mich Dann einfach killen Und hole mir mein Equipment Wieder Reite eventuell Dorthin Mal schauen Aber so wird das Erstmal nichts Habe ich so das Gefühl Genau Ist das die End Ja das ist die End Finito Ende Gelände So hier geht es Irgendwo rein Schaffe ich das Vielleicht noch Mit meinen tausend Lebenspunkten Hier Da geht es Ins Schloss Und ich werde gleich sterben Jo Hier sind einige Wach Achso ich komme hier nicht mal rein Access denied Zugang verwehrt Schade Da ist auch irgendwas Was ich noch nicht weiß Das hat wohl jemand Eingenommen oder so Keine Ahnung Ja Genau Dann Ende Gelände Finito Aus die Maus Schicht im Schach Das war es hier jetzt Und ich würde sagen Es geht einfach Beim nächsten Mal weiter Bis zum nächsten Mal Tschüss